hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die art machen ticket und heute habe ich das spiel war robots ich habe schon heruntergeladen so wie immer und werde es jetzt mal starten musiker machen fertig vollbilder machen fertig und dann kann es jetzt losgehen video ansehen 0 sterne kriegt man dafür ich möchte aber mit kein video jetzt anschauen ich möchte jetzt zu spielen abrufen ausführungszeichen eine kiste habe ich hier dafür was das drinnen 200.000 weiß nach rechts 10 erfolge auch schon zählt eigentliche questen fertig 1 2 3 4 5 abonniere 1 2 3 4 ja dann befreie 13 gegnerische signal feuer das können wir machen das ist kein problem was haben wir hier noch ein angebot hier muss doch was umsonst sein was haben wir hier abholen ok abholen ok dem es ist doch mal den auch jetzt habe ich nur noch 4,6 millionen mein geld wird langsam knapp abholen zum kampf schnell spiel mir egal wo ich kämpfe wo ich gewinne wir starten auf c mit machen wir den hier mal also we spinne krabbe weiter renn doch da nicht rein auf was fand der eine knopf 8 mensch doch was kann ich mich hier noch mal heilen oh ich hab einen kill aufladen gleich bin ich soweit nein ah kuhmanns er bleibt immer überlegen mit seinem langen bein kuhaufladen kuhaufladen ach der ist schon vorbei ach jetzt ja ach ach nicht 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 Komm runter, komm, bleib weg da, und, ah, schade, nicht mein Kill. Ah, Ewa, der Knopf um rechts, mit dem Schild, und Kuba auch da, oh, jawohl, abgesehen, hat er das gesehen. Die machen übel schadend meine Bewaffnung, aber das dauert zu ewig, bis die hochgeladen ist. Mensch, in der Zeit kann man ja schon fünfmal sterben. I triple. Ah. Ah, schade. Ich schieße von da ganz hinten. Da wird weglaufen. Jawohl. Sieg, 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 sieg. Und wer war der Beste? Bestimmt ich. Werden sonst? Sechs Abschüsse. Team. Badakti German hat sechs Abschüsse. Zum Kampf. Und, da steht jetzt neu. Aktivieren, aktivieren, aktivieren. Okay, eine halbe Stunde, habe ich jetzt Zeit. Ah. Ja. Gut, 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 gut. Das mit ihr,. Oh,Nein. Und, so. Ah ja genau 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 und Einsatz ja ho 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 ja ho ho bach 5.000 meine güte lang zuerst dauern bis ich so viel geld habe das war jetzt gerade erste sieg und vier folgen noch gleich denke ich mal jetzt nehmen wir nicht den hier wir nehmen jetzt natascha wo ist das ein ich muss alles einsam rechts antäuschen und dann schnell verstecken warte bis alles weg ist aufschlagen und jawohl ja ja scheiße so ha Ach schade, ich dachte ich kriege den noch, nicht schlimm, so kriege ich wenigstens eine Fackel, danach händ ich es wieder da oben hin, boah, die haben ja schon viel mehr wie hier ökzen, yahoo 4 3 2 1 und hüpfen da komme ich nicht hin Mist! Ah doch! Ich bin in dem Kreis. Ich komme weiter raus, ich lade meine Waffe noch auf. Schnell aufladen. Und der nächste. Aufladen. Springen wir da hoch. Hopp. Jawoll. Der ist ein bisschen stark. Aber ich bin fest. Mist. Das werde ich nicht überleben. Aber wir werden gewinnen. Wir werden aber gewinnen. Jetzt kommt mein Panzer. Der ist zwar langsam, aber gut. Aber wir haben auch gleich gewonnen. Und die letzten Sekunden laufen. Ein bisschen heilen. Also das wird jetzt nicht ganz so gute Runde für mich sein. Aber wir haben gewonnen. Gewonnen haben wir. Ich denke mal jetzt bin ich bestimmt auf Platz 3 oder so. Ich habe nur 3 getötet. Was ist das? Ein Tampon? Scherzkreide. Kreide. Ein Frosch verschuppt. Lade, 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 lade. Und? 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 Wo sind die Gegnisse? Ja, keine Ergebnisse da. TR9X. Terminal. Habe ich TR0X gesagt? TRX9. Das dauert mir ein bisschen zu lange jetzt gerade. Schauen wir mal. Na ja, die 10 Minuten haben wir rum. Dann spielen wir halt doch nicht alles. Holen wir gleich das Ticket. Jawohl. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.